Moin! Im heutigen Study History Video vergleichen wir die beiden philosophischen Schulen der Stoa und des Epikureismus. Viel Spaß! Der Epikureismus und die Stoa waren beides Philosophien, die im Hellenismus entstanden sind und noch weit bis in das römische Kaiserreich hinein Bestand hatten. Der Epikureismus und die Stoa stellen beide das Individuum in das Zentrum der Analyse und fokussieren sich beide auf ethische Fragen. Während die Lehre des Epikureismus auf den Philosophen Epikur zurückgeht, lässt sich der Begründer der Stoa in Zenon von Kition ausmachen. Bei der Stoa ist noch hervorzuheben, dass sich diese philosophische Denkschule im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelt hat, sodass sich eine Einteilung in ältere Stoa, mittlere Stoa und jüngere Stoa vornehmen lässt. Im Folgenden beziehen wir uns auf die Kernaspekte dieser Philosophien. Wenn wir bei der Stoa anfangen, so stellt diese das Pflichtbewusstsein, die Leidenschaftslosigkeit und ein tugendhaftes Leben in Übereinstimmung mit der Vernunft und der Natur ins Zentrum. Stoiker stellen sich vor, dass es eine sinnvolle Ordnung der Welt gibt und dass diese Ordnung durch eine göttliche Instanz gelenkt wird, welche gleichzeitig dieser Welt inne wohnt. Zentral bei der Stoa war aber die Ethik und dabei besonders die Vernunft und die Tugend. Weil sich der Mensch nämlich im ständigen Kampf gegen die Affekte befinde, brauche der Mensch Vernunft, um eine Unerschütterlichkeit der Seele zu erreichen. Die Seele war in der älteren Stoa übrigens noch sterblich, in der jüngeren Stoa dann unsterblich konzipiert. Schauen wir also im nächsten Schritt auf den Epikureismus. Hier bildet die Vorstellung den Ausgangspunkt, dass die Welt aus vielen Atomen aufgebaut ist, die sich zufällig in einem leeren Raum bewegen. Indem diese Atome zufällig zusammenstoßen, entstehen Welten und Gegenstände, wie wir sie kennen. Alles ist also aus Atomen aufgebaut, auch der Mensch und die Seele. Indem gesagt wird, dass die Welt zufällig entsteht, wird die Existenz von den Göttern zwar nicht geleugnet, aber die Götter haben keine Bedeutung bei der Entstehung der Welt oder den menschlichen Handlungen. Für Epikur war das oberste Ziel die Gewinnung von Lust und die Vermeidung von Unlust und Schmerz. Unter Lust ist hierbei aber nicht die hemmungslose Befriedigung von Bedürfnissen zu verstehen, sondern besonders das Erreichen von seelischen Freuden. Vernunft ist also auch bei Epikur wichtig, sodass man weiß, welche Lust und Freuden man erstreben soll. Dadurch kann man laut Epikur die Angst vor den Göttern und die Angst vor dem Tod hinter sich lassen. Eine weitere Lehre Epikurs war die Devise »Lebe im Verborgenen«, womit gemeint war, dass man sich nicht in die Politik begeben sollte und lieber im Privaten bleiben sollte. Stellen wir also die beiden Philosophien im letzten Schritt vergleichend gegenüber. Beide fokussieren sich auf das Individuum, die Ethik und die Frage nach dem glücklichen Leben. Außerdem räumen beide der Vernunft eine zentrale Rolle ein. Jedoch haben wir auch einige Unterschiede festgestellt. So war beim Epikureismus das höchste Gut die Lust, was gerne auch falsch verstanden wurde, bei den Stoikern hingegen die Tugend. Die Naturvorstellung Epikurs mit den zufällig zusammenstoßenden Atomen stand der stoischen Vorstellung einer Welt entgegen, die von einer göttlichen Instanz sinnvoll geleitet wurde. Bei Epikur hingegen hatten Götter keine große Bedeutung. Während die Seele bei Epikur stets sterblich blieb und nach dem Tod sich in ihre Einzelteile auflöste, war die Seele in der Stoa zunächst auch sterblich, später dann unsterblich. Blickt man zuletzt noch auf die Bedeutung der Politik und des Staates, so sollte man laut Epikur im Verborgenen bleiben und sich von der Politik fernhalten, während besonders die jüngeren römischen Stoiker ein aktives Engagement im Staat lobend hervorhoben. So, das war's dann auch schon mit diesem Study History Video. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab und dann war's das von unserer Seite. Tschö!